Hallo, heute mal ein etwas anderes Video. Ich möchte euch nur ganz kurz eine Glasflüglerart zeigen. Der kleine Eichenglasflügler Sinantheter und Vespi Form ist. Ich befinde mich hier an einem Waldrand. Wie ihr sehen könnt, sind hauptsächlich Eichen. Also relativ viele Eichenbäume und wie der Name schon sagt, die Art frisst dann Eiche, Eichenglasflügler und frisst im Holz, lebt da im Stamm und in Anschwellungen und Verletzungen von den von den Bäumen. Und die Tiere, typische Glasflügler, lassen sich eben mit Pheromonen anlocken. Das heißt, die Pheromone imitieren ein Weibchen und die männlichen Tiere, also diese jetzt hier, die ich auf dem Finger habe, kommen dann angeflogen in der Hoffnung, dass sie ein Weibchen antreffen. Und die habe ich gerade aus der Falle geholt. Waren mehrere Tiere in der Falle drin. Und ja, jetzt sind sie scheinbar noch ein bisschen durstig und versuchen vielleicht ein bisschen Schweiß von der Haut wegzusaugen. Also sind sie immer still. Normalerweise, wenn sie wegfliegen, sind sie immer extrem hektisch. Und man bekommt sie eigentlich kaum zu Gesicht, weil sie so schnell sind und so klein und zierlich sind. Und jetzt sitzen sie mal. Das wollte ich euch einfach nur kurz zeigen. So sieht der Eichenglasflügler aus. Das ist eine sehr schöne Art mit den gelben Beinen. Und ja, teilweise, man erkennt es, das ist so ein bisschen blutrot im Flügel oder orange. Teilweise. Also das ist eine sehr schöne Art, wie ich finde. Und ja, eigentlich typisch für Eichenwälder. Für ja, auch in Parks teilweise anzutreffen, wo Eichenanpflanzungen sind. Und ja, hier ist eben ein relativ großer Eichenwald. So viel dazu. Nur ganz kurz zu den Tieren. Einmal eine schöne Art der Eichenglasflügler aus in der Täterin Westby Form ist.